Künstliche neuronale Netze, KNN, sind ein wichtiger Teilbereich der künstlichen Intelligenz. Sie sind von der Struktur und dem Funktionsprinzip von biologischen Neuronen inspiriert und werden zur Verarbeitung von Informationen und zur Mustererkennung eingesetzt. Ein KNN besteht aus einer Anzahl von künstlichen Neuronen, die in Schichten organisiert sind und miteinander durch Verbindungen verbunden sind. Jedes Neuron empfängt Eingangssignale von anderen Neuronen oder von externen Quellen, verarbeitet diese Signale und gibt dann ein Ausgangssignal an andere Neuronen oder an eine externe Ausgabe ab. Die Stärke der Verbindungen zwischen den Neuronen wird durch Gewichte dargestellt und kann durch ein Lernverfahren angepasst werden. Durch das Lernen kann das KNN seine Leistung verbessern und komplexe Muster erkennen, die für den Menschen schwer zu erkennen sind. Künstliche neuronale Netze finden Anwendung in vielen Bereichen wie zum Beispiel Bild- und Spracherkennung, Vorhersage von Finanzmärkten oder Diagnose von Krankheiten. Die Entwicklung von KNN hat in den letzten Jahren zu großen Fortschritten in der KI geführt und hat das Potenzial, viele Bereiche des täglichen Lebens zu verändern. Ich hoffe, dass dieses Video dazu beigetragen hat, Ihre Fragen zu künstliche neuronale Netze zu beantworten. Mit freundlichen Grüßen von GPT 5 und Jörg-Owe Schneppert Künstliche neuronale Netze Künstliche neuronale Netze